Ja, hallo liebe Freunde und es geht weiter auf... Wow! Junge! Hör auf mit dem Scheiß! Ich mach's doch nicht mit Absicht! Ja, dann mach's gar nicht! Halt deine Finger weg von der Scheißmaus! Und es geht weiter in Richtung Airfield. Uhrensohn, irgendwann kommst du noch so weit. Scheiße, Alter. Ja, Junge, ich hab nicht gesehen, dass ich die Waffe schon oben hatte. Ich drück immer auf linke Maustaste, damit er die Waffe hochnimmt. Dann drück Space. Ja, Junge, ich weiß, aber ich hab's vergessen. Junge, du hast auch schon jetzt in letzter Zeit schon wieder zweimal geschossen. Und zweimal? Das passiert uns beiden, also lasst es sein. Okay, sag, wo wir hin müssen. Hier ist ein Schild. Hä, verarschen? Ich steck die Straßen. Was, verarschen? Da haben wir ein großes Lagerhaus. Hä, Junge, wir müssen zu keinem von den Städten. Oder warte, ist das hier schon die Stadt? Achso, ja, wir sind jetzt in der Stadt, wo wir hin müssen. Jetzt müssen wir geradeaus weiter. Okay, lass mal in der Lagerhalle dann noch nachsehen. Das heißt, wir werden vielleicht in der Folge schon am Airfield sein, wenn nicht nächste. Kann sein, ja. Kann sein, dass man das da hinten schon sieht. Nee, ich seh's noch nicht. Ich seh's auch noch nicht. Ich geh jetzt hier rechts. Ich geh links ins Lagerhaus. Hör auf, da hinzuziehen. Aber ich hab Angst, nachher drückst du ab. Junge, ich will halt gucken, ob da jemand ist. Ich müsste Angst haben, dass du abdrückst. Hey, Junge, chill. Ich guck extra schon nie auf dich, damit ich's nicht abdrücke. Wenn du in der Nähe bist. Mach dir mal keine Sorgen. Ich hab, ich hab jedenfalls noch, du hast mich damals schließlich abgeknallt, also. Du hast mich mit der Axt abgetötet, also. Leck mich. Was ist das? Weep, we see, Ata. Alter, ich dachte, da läuft grad ein Spieler. Ich brauch mal wieder so nen richtigen Kick. In welchem Haus bist denn du jetzt von diesen ganzen Lagerhäuser? Lagerhäuser, keine Ahnung, irgendeins. Okay, in dem hier scheinbar nicht. Doch. Ja, jetzt. Zombie. Warte mal. Ich will mal den Revolver testen. Okay, ich schieße in seinen Kopf. Nice. Los, weiter. Warst du hier schon drin? Nein, ich muss den Sniper auswählen. Jetzt nur noch mal die scheiß Sniper auswählen. Hier ist nichts drin. Manchmal nimmt er die nicht, wenn du Feststelltaste anhaust. Hab Feststelltaste aber nicht an. Okay, wir gehen weiter die Straße hoch, ne? Jo. Ich will jetzt mal langsam zum Airfield. Warte, wie viele Folgen wir jetzt schon aufgenommen haben. Da hinten steht wieder ein Zombie. Mega, und du hast nur acht oben. Neun. Neun, erzähl mal nicht. Neun. Neun. Siehst du? Ja, und am Wochenende werden viele Folgen, also. Ich weiß. Und bei mir werden es morgen dann auch viele sein. Ey, sie werden wir auf jeden Fall zu Ende führen. Auf jeden Fall. Ich meine, Rust müssen wir noch diesen Abschlusspart machen, aber das lässt sich Zeit. Ich hab übrigens bei Monaco drunter geschrieben und bei FIFA. FIFA wird fortgesetzt, wenn FIFA 15 rauskommt. Äh, Monaco hab ich geschrieben, wird... Ich mach da in Zombie-Kite. Monaco hab ich hingeschrieben unter deine Videos und in die Playlist, dass das ein bis... mal ein bis drei Mal im Monat eine Folge kommt, da das nur ein Nebenprojekt ist. Da ganz hinten ist auch noch ein Zombie. Gehört? Ja, sauber. Der Zombie kommt gerade, ne? Ja, mach du den Kalt. Ich muss jetzt gleich mal eben auf die Karte gucken. Kam Bock. Ja, okay, mach ich. Ey. Boah, ich könnte dir jetzt einen sauberen Headshot geben. Ich hätte dir auch schon so oft einen sauberen Headshot geben. Hey, Junge, ich rede nicht von dir. Ich hab' er. Tja. Dann guck nach, wo wir lang müssen. Ja, warte, vielleicht sehe ich, dass er fährt ja schon von hier. Nee. Da sind Schilder, ne? Siehst du da hinten diesen großen Wasserturm, oder was das ist? Wo? Warte, wir müssen den Hühlhof rein, dann siehst du den. Da, wenn du jetzt geradeaus durchguckst. Das ist so eine Art wie ein Ballon am Himmel. Nee, nee, sehe ich nicht. Ich guck mal eben auf die Karte. Ich laufe mal den Hügel hoch, vielleicht sehe ich den dann. Äh, scheiße. Wir müssen jetzt eigentlich so eine Art kleinen Weg, aber wir laufen immer noch die Hauptstraße lang, ne? Ja. Ich weiß es jetzt gerade echt nicht. Also kleiner Weg wäre da hinten lang. Wo? Ja, da ist doch ein kleiner Weg nach oben. Ich komm jetzt wieder in die Hügel runter. Ich bin rechts von dir. Hier hinten. Komm. Komm mit. Komm mit. Hier ist ja ein Weg nach oben, sieht man in dem Zaun. Da oben sehe ich auch irgendwas. Kannst du mal kurz nachsehen, was da oben ist? Nee, hier dürfte es eigentlich nicht lang gehen. Egal, da ist doch irgendwas. Wenn du nach oben, ich bleib hier unten und guck. Okay. Nee, nee, hier sind nur vereinzelte Häuser. Ich komm dann jetzt wieder. Normalerweise müssten wir geradeaus weiter. Dann, glaub ich, wir sind jetzt hier. Wir sind nur von Rogovo gekommen. Hier. Das heißt, normalerweise müssten wir jetzt einfach nur geradeaus weiter rennen, aber die Hauptstraße zeigt dir mir mal gelb an. Wir rennen jetzt einfach mal ein bisschen geradeaus weiter. Ja, okay, vielleicht finde ich, kommt das ja irgendwann nach einer Zeit so eine Nebenstraße. Ja, nee, das ist einfach so, das ist irgendwie anders. Ich bin vor dir, ne? Ja, ja, ich hab nur geguckt. Steht da jemand? Ich kann's nicht sagen. Wo gehen wir weg? Ich hab besser Grafik. Wo denn? Dort irgendwo an dem, an irgendeinem Zaun da hinten. Ich guck selber noch mal. Nee, ich seh da keinen. Also, theoretisch müssten wir hier lang. Ich hab jetzt keinen Bock, dass wir das R viel verpassen. Hm, wie wird man hier nach unten gucken können? Und da hinten am Horizont seh ich ja auch nichts, also deswegen ja. Ja, ja, ja. Der nächste Aufnahme hat schon angefangen, ne? Junge, schon längst. Aber es dürfte eigentlich der richtige Weg sein, hier. Gut. Jetzt kommt da schon wieder ne Stadt, verdammt, scheiße. Ich seh es. Vielleicht ist das ja eher die Stadt, die wir... Nein, nein, das war die davor, 100 Pro. Dann orientier, orientier dich mal dort an den Schildern von der Stadt. Ich seh da auch keinen. Ich guck mal hinter uns. Nee, hinter uns ist auch niemand. Nee, wir sind falsch. Das ist diese Stadt, wo ich meinte, das ist schon wieder die nächstgrößere. Warte, deck mich mal. Ich muss gucken. Ich laufe mal auf den Hügel. Wir kamen von da. Okay, wenn wir jetzt zurücklaufen, dann müssen wir gleich einen kleinen Weg rechts ab. Da geht's dann zum Airfield. Was? Ich hab dich schon abgeschnitten gehört. Wir müssen jetzt wieder zurücklaufen und dann einen Weg rechts ab irgendwo. Da geht's dann zum Airfield. Okay. Wir sind falsch gelaufen. Das ist so doof teilweise auf der Karte zu sehen. Das ist irgendwie so... Wir sind sozusagen jetzt gerade wie so ein Querschnitt gelaufen einmal. Ein Querschnitt? Ja, ist blöd zu sagen. Jetzt zeig ich dir irgendwann mal. Ich hab das auf dem Handy. Hier ist ein kleiner Weg. Ich weiß nicht, ob das der schon ist. Nachgucken, würde ich sagen. So ein Wanderweg. Das könnte er aber schon sein. Lass den mal lang gehen. Ja, ich bin dabei. Das Airfield muss jedenfalls irgendwo da hinter den Bäumen sein, theoretisch. Warte mal auf mich. Du bist schon wieder viel zu weit vorne. So. Ich weiß, ich hab die Knarre aus der Hand gelegt. Ich sehe hier aber auch kein Airfield. Das muss aber auf der Seite sein. Ja, ja, ja. Ich wette, ich komm da auch gleich hin. Da hinten, ganz hinten, sehe ich schon wieder ein Haus. Warte mal auf mich. Auf einfach weiter geradeaus. Ich will nur gucken, ob das Airfield da ist. Ich lauf den Weg entlang, ne? Ja, mach ich auch, ja. Es könnte aber gut der Weg sein hier. Ich geh jetzt auf den Hügel. Also ich geh jetzt auf den Hügel. Ich verliere dich. Ich seh dich nicht mehr, ne? Ja. Vielleicht treffen wir uns. Sehen wir uns nicht mehr. Folge einfach auf den Weg. Ich lauf jetzt den Hügel neben dem Weg hoch. Um zu gucken, ob da das Airfield ist. Warte, da ist irgendwas. Sieht gut aus. Nee, fuck, ist nur eine Scheune. Ich folge jetzt weiter dem Weg. Dann sich die jetzt erstmal zurück über den Hügel. Sie gabelt sich jetzt der Weg, wo lange soll ich lang? Ja, warte, bleib da erstmal stehen. Ich bin da gleich. Ja, ja, ich glaube einfach weiter. Mach, ich bin genau rechts, hinter dir. Siehst du, siehst du da rechts, ja. Rechts dort ist eine Scheune. Hier ist ein See. Geh nicht reinrennen. Man kann ihn sehen und mehr in seinen Rucksack verlieren. Ja? Ja. Okay. Lass uns einfach mal hier quer hochlaufen. Das muss hier irgendwo sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es dort oben hinter diesem Hügel... Ja, ich auch. Ich zoome mal rein. Das muss da sein. Ja, ja, das sieht mega verdächtig da noch aus. Warte mal auf mich. Leg mal auch die Knarre aus der Hand. Ich lege nicht die Knarre aus der Hand. Ich bin doch nicht verrückt. Naja, einen muss es ja geben. Warte mal auf mich, bitte. Nö. Kind, warte mal auf mich. Ja, Junge. Wenn da oben nicht das Erfügel ist, kannst du schneller zurück. Ja, und da muss ich auch mal auf dich warten. Also, warte. Nö. Ich habe ja die Knarre aus der Hand. Warte, hier ist ein Ortsschild. Sei mal still. Okay. Hä? Jetzt sind wir wieder bei der Stadt, wo wir eigentlich hätten hingemusst. Warte, ich gucke hier nochmal oben auf den Berg da oben. Junge, wir sind... Wir sind falsch gerannt. Egal, lass mich jetzt nochmal gucken. Okay, ist nicht. Ich komme zurück. Siehst du mich zufällig? Äh, warte, im Moment nicht. Nein. Ich bin auf der Straße. Naja, ich sehe die Straße gerade nicht, wegen dem Berg. Hügel. Wir sind im Kreis gerannt. Fuck. Jetzt müssen wir eigentlich... So, ich bin jetzt gleich auf der Straße. Jetzt. Ah, da bist du. Guck. Wir sind im Kreis gerannt. Ich sehe es. Scheiße. So, warte. Warte. Ich warte, ja. Theoretisch... Alter, es ist so scheiße, sich zu orientieren in diesem Kack. Dort unten ist die Scheune. Alter, ich habe keinen Plan. Ist hier vielleicht irgendwo ein Schild? Da hinten geht es wieder zur anderen Stadt. Das heißt, wenn wir so... Wenn wir zur anderen Stadt gehen... Dann müssten wir theoretisch jetzt... Jetzt hier irgendwo rechts den Weg gehen. Du läufst gerade wieder in die Stadt rein. Ja, ja, aber wir müssen ja in die Stadt fahren. Wir müssen jetzt kurz vorm Ortseingang irgendwo rechts laufen. Vielleicht sind wir auch am falschen Eingang. Nein, wir sind am richtigen. Weil wir ja von der anderen Stadt kommen, wo wir... Da hinten sieht sich irgendwas was ummauert. Hier müssen wir lang, glaube ich. Hier müssen wir lang. Ja, ja, da hinten, wenn du links guckst, ist da irgendwas ummauertes. Siehst du? Jetzt habe ich den Weg verloren. Was ist das aber, glaube ich? Etwas ummauertes. Egal, lass danach sehen. Vielleicht finden wir dann wie sie für mich. Da unten ist übrigens die Scheune. Boah, Alter, die Folge ist zu Ende. Warte mal. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Alter, Alter. Ja, ich renne da jetzt erstmal hin und gucke nach, was da ist. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschö. Tschö.